Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Heute machen wir zusammen einen super leckeren Smoothie. Ja, und das machen wir heute mit diesem Smoothie Maker von Nutrilovers. Und das Beste daran ist heute, dass ich zwei von diesen Smoothie Makern verlosen darf. Und zwar an euch. Das heißt, zwei von euch haben die Chance, einen Smoothie Maker zu gewinnen. Und zwar in der Farbe Blau. Hier, der ist Lila. Und damit ihr mal seht, wie der so funktioniert und wie gut das klappt, habe ich mir gedacht, probieren wir das heute zusammen aus mit eben dem Smoothie Rezept. Und wenn euch dieser Smoothie Maker von Nutrilovers gefällt, dann macht unbedingt mit. Bleibt dran, habt Spaß und auf geht's. Für den Smoothie brauchen wir 400ml Milch, 100g Heidelbeeren, eine kleine Banane oder eben eine halbe Banane und auch ein paar Minzblätter. Als erstes habe ich die Bananen jetzt geschält und gebe diese dann gestückelt in meine Flasche, genauso wie die Heidelbeeren und auch die Minzblätter. Das Ganze fülle ich dann mit der Milch auf und dann gebe ich den Deckel drauf, wo die Klingen drauf sind und gut verschließen die Flasche. Und dann kann ich das so einrasten. Jetzt den Stecker einstecken und los geht's. Und das Ganze wird jetzt eine Minute lang gemixt. Nach ungefähr einer Minute ist mein Smoothie fertig. Stecker raus und dann könnt ihr die Flasche einfach ausrasten aus dem Motor und fertig ist der Smoothie. Und jetzt könnt ihr einfach den Deckel aufschrauben und dafür dann den anderen Deckel drauf geben, denn das ist der Deckel dann zum Mitnehmen. So meine Lieben, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Rezept und das Video haben euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt diese Woche zwei Mixer gewinnen von Nutri Lovers in der Farbe Blau. Dafür müsst ihr nur meinen Kanal abonnieren, einen netten Kommentar schreiben und die Verlosung geht bis zum Sonntag, den 2. April um 18 Uhr. Und am Montag, den 3. April, gebe ich dann die zwei Gewinner, da es ja zwei Smoothie Maker zu verlosen gibt, in meinem Video bekannt. Also macht unbedingt mit. Wie gesagt, zwei Smoothie Maker, also doppelte Gewinnchance. Und bevor ich mich jetzt natürlich von euch verabschiede, wollen wir natürlich auch probieren, wie dieser Smoothie hier schmeckt. Dafür gebe ich jetzt hier mal meinen Smoothie in ein Glas und dann Cheers. Ich liebe diesen Smoothie mit Banane, Heidelbeeren und Minze. Das schmeckt total lecker und es passt einfach wunderbar zusammen. Also probiert es unbedingt aus und vielleicht sogar bald in eurem eigenen Mixer. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche. Hoffentlich sehen wir uns nächsten Montag wieder, denn dann gibt es wieder ein neues Kochvideo. Viel Spaß beim Mitmachen, viel Spaß beim Nachmachen und bis bald. Ciao!